Tena wird eine Windel bald nicht mehr herstellen. Alles dazu erfährst du in diesem Video und falls du von Tena bisher nichts gehört hast, es ist ein großes Unternehmen für Inkontinenzprodukte. Buntbedruckte Windeln stellen sie nicht her, sondern sind spezialisiert auf medizinische Produkte, die dafür deutlich günstiger sind, als ABDL-Windeln. Neben Klebewindeln gibt es auch Slips zum Hochziehen für Erwachsene. Ein Teil der Windeln kann man sogar außerhalb von Apotheken in beispielsweise Drogerien kaufen, allerdings sind diese meist ohne Folie. Wegen der hohen Nachfrage gibt es weiterhin Windeln mit Folie, die meist nur im Internet angeboten werden. Bei all den vielen Windeln kann es schwierig werden, den Überblick zu behalten. Da sie nicht bunt bedruckt sind, unterscheiden sie sich auf den ersten Blick kaum. Doch es gibt Unterschiede, manche Windeln haben sogar mehrere Varianten, wie die Tena Slip Original Maxi, sie soll zukünftig nicht mehr hergestellt werden und ist ähnlich zur Tena Slip Active Fit Maxi. Beide sind aus Folie und sehen auf den ersten Blick gleich aus. Doch die Original Maxi ist nicht komplett aus Folie, wie man es von anderen Windeln her kennt, stattdessen ist nur der mittlere Teil aus Folie. Die Seitenflügel wurden aus textilähnlichem Material hergestellt und sollen atmungsaktiv sein. Ich hatte sie vor längerem mal ausprobiert, sie fühlt sich an den Seiten wie eine Kottenwindel an. Vorne, zwischen den Beinen und Ampo dagegen wie eine Windel aus Folie, etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn man schwitzt, dann nehmen die Seiten dort den Schweiß etwas auf. Wirklich viel besser als bei den Folienwindeln fand ich das nicht, es war eher anders. Bei Hitze oder wenn man körperlich arbeitet, wird man mit Windeln immer schwitzen, weil die ja dicht sein müssen und eng anliegen, im Gegensatz zu beispielsweise einer Boxershort. Daher wundert es mich nicht, dass diese Variante eingestellt wird, viele bevorzugen Windeln mit Folie und empfinden die Seiten daher als unangenehm. Und bei den kleinen Teil, die Lieberkarten mögen, ist es genau umgekehrt. Diese Windel versucht jedem zu gefallen, was so aber nicht geht. Aus meiner Sicht ist es ein Kompromiss, bei dem niemand wirklich zufrieden ist. Die anderen Windeln von Tena sind davon nicht betroffen, es gibt beispielsweise weiterhin die Tennis Slip Active Fit Maxi oder Slip Active Fit Plus oder auch Active Fit Ultimate zu kaufen, sie sind komplett aus Folie. Wer Lieberkarten mag, kann die Tennis Slip Super nehmen. Es gibt also weiterhin verschiedene Windeln, sowohl beim Außenmaterial als auch der Saugleistung. Einen Teil davon sogar auf Amazon, wobei ihr, wie bei Amazon üblich, mit den Preisen aufpassen solltet, da Amazon nicht für günstige Preise bekannt ist. Die einzige Windel, die verschwindet, ist also die Original Maxi, bei der Folie an der Windel mit Karten an den Seitenteilen kombiniert wurde. Wer das mag, sollte sich eindecken, sie sind noch vorrätig. Nachdem der Hersteller die Produktion eingestellt hat, wird man die Lager noch abverkaufen wie bei der Tückables Puppers. Danach bekommt ihr sie jedoch nicht mehr und müsst dann auf Komplettfolie oder Karten umsteigen. Kanntest du die Windel und hast sie genutzt? Schreibe es in die Kommentare. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.